So, dann kommen wir direkt zu unserer nächsten Rednerin, das ist die Elsa Rasbach, eine Polit- und Friedensaktivistin von der Friedenskooperation Westen. Hier? Besser? Ja, okay. Ja, ich heiße Elsa Rasbach, ich bin US-Bürgerin, deswegen müsst ihr verzeihen, wenn ich mal ein paar Deutschfehler mache. Und ich bin auch Vertreterin von Code Pink in Germany und auch in verschiedenen Friedensorganisationen wie Frico, Berlin und so weiter aktiv hier. Ich wollte erst sagen, dass wir auch in den USA einen großen Solidaritätstag heute haben. Da ist der Fokus teilweise auf, also eigentlich zum großen Teil auf Bradley Manning. Bradley Manning, sein Gericht, also Prozess vor dem militärischen Gericht ist jetzt durch und wir werden bald das Urteil hören. Und dieser Whistleblower war bereit, sein Leben zu geben, damit wir die Wahrheit erfahren über die Kriege, über die Maffenschaften. Und es ist gut möglich, dass er lebenslänglich im Gefängnis sein wird. Und deswegen möchte ich kurz anfangen mit einer Schweigeminute für Bradley Manning, ohne dass ich damit sage, dass es auch nicht sehr wichtige deutsche Whistleblower gibt. Aber jetzt denke ich, hier ist die Stunde Bradley Manning auf. Okay, erst mal eine Minute. Ich habe keine Uhr. Edward Snowden ist durch Bradley Manning inspiriert worden. Und Edward Snowden hatte als größte Befürchtung, dass nicht um sein Leben, nicht um sein Wohlbefinden, sondern dass wir auf ihn nicht hören und dass nichts passiert aufgrund seiner Enhörungen. Aber ich habe eine etwas positive Nachricht aus dem Reich des bösen USA, dass sogar auch dort Änderungen, wirklich großer Wandel scheint sich umweg, also eine Bewegung mindestens was zu ändern. Es gab eine neue Umfrage von Pew, das ist so eine bekannte internationale Umfrage, Rechercheorganisation. Und die fanden, dass 70% der US-Amerikaner glauben nicht mehr, dass diese Infos gesammelt werden, um den Terrorismus zu bekämpfen. Die glauben, die glauben, die USA hat andere Absichten mit diesen Daten. 2% glauben, dass es Marketingabsichten sind, also dass die USA das verkaufen möchte, kommerziell. Aber nur 27% glauben aber, dass die selber abgehört werden. Also es ist noch nicht klar, dass wir alle abgehört werden. Aber aufgrund dessen gab es am Mittwoch im US-Kongress eine sehr wichtige Abstimmung, die NSA einzuschränken. Und zwar festzulegen, dass die NSA Daten einer Person nur noch sammeln und verarbeiten darf, wenn gegen die Person bereits eine Untersuchung nach dem Patriot-Akt stattfindet. Was auch fragwürdig ist, aber mindestens eine Einschränkung. Und jetzt darf die NSA alles abbringen. Und das ist fast durchgekommen, erstaunlicherweise. Das ist tatsächlich so, dass 94 Republikaner und 111 Demokraten haben für diese Gesetzesänderung gestimmt. Das heißt, es waren nur sieben Stimmen fehlte. Und auch ganz interessant ist, dass es eine Wired, also die Zeit für Wired hat eine Studio-Commission gegeben und haben herausgefunden, dass die, die für die Änderung waren die, die wenig Geld bekamen von Militärindustrie-Komplex. Also das heißt, die, die dafür sind, dass wir noch weiterhin abgehört werden, das sind diejenigen, die Geld bekommen von der Militärindustrie in den USA. Und das ist, finde ich, auch interessant, weil dieser Kongress hat seit dem 11.09. Unglaubliches bewirkt. Vielleicht haben viele von euch gehört von dem National Defense Authorization Act, was Obama unterschrieben hat Ende 2011 und es ging im Kraft 2012. Und darunter darf der Präsident alle verhaften, ob US-Bürger oder nicht und die einsperren, ohne dass sie noch ein Prozessrecht haben, wenn er meint, sie wären vielleicht Terroristen. Also das ist eine totale Ausgrabung unserer Verfassung und unserer, sagen wir, unserer, überhaupt, ja, Entschuldigung, ich bin überwältigt von dieser Info. Ich wollte nur sagen, dass die Verbindung zwischen Krieg, sozialer Ausbeutung und Überwachung steht seit einer langen Zeit. Dieser Überwachungsstaat fing nicht mit dem Internet an. In den USA gab es schon vieles im 19. Jahrhundert, aber die eigentliche Überwachungsstaat fing mit dem Ersten Weltkrieg an. Das war die Grundung der Federal Bureau of Investigation, die FBI, die übrigens besonders viele deutsche Gewerkschaftler in den USA Pazifisten ins Visier genommen haben. Und die haben versucht, auch damals zu sagen, wenn man für soziale Rechte, wenn man für so weiter, wenn man da kämpft, da ist man wahrscheinlich ein Verräter. Und die versuchten das dadurch, dann haben die auch mit den Pomerates Leute rausgeschoben aus den USA. Und der J. Edgar Hoover, der langzeitige Direktor der FBI, hat daraus seine Karriere gegründet. Die NSA ist gegründet worden unter Truman eigentlich, die Vorläufe. Es war erst mal in dem Verteidigungsministerium der USA. Und später in 1952 ist es selbstständig gemacht worden, also noch unter Anführung der Verteidigungs- Und da war das die Zeit der McCarthy-Zeit. Die McCarthy-Zeit ist gekommen, ist einberufen worden, weil 1947 war der größte Streitwelle in der ganzen US-Geschichte. Die Soldaten kamen zurück nach dem Sieg gegen den Faschismus und wollten endlich mal ihre Rechte einholen. Alles, was sie zurückgestellt hätten während des Krieges. Und das sollte zerschlagen werden. Und da sollte eine Verbindung gemacht werden zwischen Kommunisten und Gewerkschaftern, zwischen Kommunisten und Bürgerrechtlern, zwischen Kommunisten und die Jägen für die Rechte der Frauen kämpften. Und das war die McCarthy-Zeit. Und daraus entstanden unter FBI, unter NSA verschiedene Programme, die bis hin durch die Vietnamkriegszeit liefen. Shamrock, wodurch alle Telefonate von US-Bürgen ins Ausland, auch auf Boden der USA, abgehört werden könnten. Quantal Pro, das ist das Counterintelligence-Programm, die viele Gewerkschafter, viele Bürgerrechtler, viele Antikriegsaktivisten, viele wichtige Persönlichkeiten wie Martin Luther King und so weiter abgehört haben, eingeschüchtert haben. Und die haben die US-Friedensbewegung und die Black Panther-Partei teilweise auseinandergenommen. Und zwar nicht nur, dass die die abhörten, sondern die haben diese Infos benutzt, um in die Organisation einzugreifen. Falsche Korrespondenz, falsche E-Mails wäre es jetzt. Und verschiedene Fraktionalierungen voranzutreiben, damit die Organisationen sich spalten, damit die geschwächt werden und so weiter. Es gab auch Operation Chaos in diesem Sinne. Und dann... Was? Ist es zu lang? Okay, ich weiß es nicht. Okay, ich bin fast fertig. Ich wollte sagen, wir hatten einmal dann schon eine Welle des Reforms in den Spätsiebziger, wo Senator Church Anhörungen gehabt, einen Markt hat. Also ich habe selber eine große Akte von meiner Tätigkeit als Studenten hier in Berlin gegen den Vietnamkrieg. Da bekommen, die wurden enthüllt, die bekriegten diese Daten. Da waren übrigens die BND und die CIA und die US-Militärintelligenz und auch die Stasi waren alle beteiligt, auch in den 60er, 70er Jahren hier uns alle abzuhören. Und auf jeden Fall nach dieser großen Welle, wo man dachte, man hätte das reformiert, wir sehen, dass es bei weitem nicht zu reichen ist. Dass nur diese Foreign Intelligence Court ist gegründet worden und dass gerade Abhörungen von Deutschen und von Leuten im Ausland überhaupt nicht, man ist gar nicht protected. Okay, ich wollte nur sagen, dass wir in den USA sehr, es ist sehr wichtig für uns, dass sie hier demonstrieren und vielen Dank dafür.